Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute zum Mittagessen mache ich einen Kartoffelkuchen kann man sagen und so sieht er aus. Es ist eine vegetarische Variante ohne Fleisch oder Hackfleisch, aber es kann man diesen Kuchen genau auch mit Fleisch zu bereiten, wenn z.B. einfach den Hackfleisch anbrechen und auch in diese Masse eingeben und so sieht es aus. Schön mit dem Pfälzsalat serviere ich und es ist wirklich sehr sehr lecker und sehr sehr lecker, sehr schmackhaft. Schaut mal, es ist so zart und das kann man servieren oder mit Salat oder kann man Himalade dazu servieren geben oder Creme Frisch oder sogar Sahnesoße kann man dazu kochen. Und wenn ihr interessiert habt, wie habe ich diesen Kuchen gemacht, dann bleiben sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Zuerst bereiten wir unser Gemüse vor, weil wir das müssen ein bisschen anbraten und dann ein bisschen auch abkühlen. Die Zwiebel schneiden wir in normalen kleinere Woffelchen. So, mit Zwiebeln sind wir fertig, jetzt schneiden wir auch Paprika. In meinem Fall habe ich eine Spitzpaprika, kann man auch ganz normale Paprika nehmen. Schneiden wir in so eine dünne Streife. Und die Möhren reiben wir auf die grobe Reibe. So, Gemüse haben wir jetzt vorbereitet und jetzt gehen wir ins Herd und braten wir das alles kurz an. Nehmen wir uns die Pfanne, geben wir da ein bisschen Öl, vielleicht so 2 Esslöffel reicht das schon. Öl zum Braten. Wenn das Öl schon reißt, geben wir erstmal Zwiebeln. Braten wir jetzt mal kurz Zwiebeln. Kann man ganz bisschen Salz dazu geben. Dann wird das alles etwas schneller gehen. Und wenn die Zwiebeln. Und wenn die Zwiebeln schon etwas gläserig wird, können wir schon Möhren dazu geben. So, und braten wir das auch wieder ganz kurz. Für eine Minute decken wir einfach alles zu. So, und jetzt können wir auch kurz die Paprika dazu geben. Und wenn ihr Schneeblau oder Frühlingszwiebeln habt, ich habe so eine gefrorene Zwiebeln auch dazu, gibt schöne Farbe. Und das alles zusammen. Wieder so eineinhalb, zwei Minuten, Lena nicht einfach einschmoren. Können wir auch gleich bisschen würzen mit Salz. Und Pfeffer. Und Pfeffer. Gewinnt ihr, wenn ihr Cayenne-Pfeffer mögen, auch Cayenne-Pfeffer dazu geben. Am besten zudecken und so knappe zwei Minuten schmoren lassen. So, schauen wir mal nach. Nach zwei Minuten unser Gemüse schaut richtig schön weich geworden. Jetzt stellen wir sie an die Seite zum abkühlen und bereiten in dieser Zeit unsere Kartoffeln vor. Kartoffeln habe ich jetzt geschält und werden wir auf die grobe Reibe reiben. Aber ihr könnt schon auch ihre Backofen anmachen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze oder 160 Grad Umluft. So, Kartoffeln habe ich fertig gerieben. Jetzt gebe ich ihn auf den Sieb. Der kann auch ein bisschen abtropfen. Kann man so ein bisschen nachhelfen. So, stellen wir es mal an die Seite und bereiten jetzt unseren Teig. Nehmen wir drei Eier, geben wir dazu 250 Milliliter Milch, so ein Glas. Aber alle Zutaten, liebe Freunde, stehen unten in der Beschreibung, wie immer. Geben wir dann Salz, dann Pfeffer, Paprika edelsüß, ungefähr so zwei, drei Esslöffel Alivienöl, eins, zwei, drei. Verrühren wir erstmal. Und jetzt geben wir zu dem Mehl, 1 Teelöffel Backpulver und geben wir so langsam rein. Und gut verrühren. Probiert euer Teig nach Salz. Es muss leicht salziger sein, weil wir noch Kartoffeln dazugeben. Und wenn was, lieber noch ein bisschen dazugeben. Aber auch nicht zu viel, weil da nach oben kommt noch die Käse. Jetzt geben wir zu dem Teig unsere abgetropfte Kartoffeln. Kann man noch ein bisschen ausdrücken. Auch unsere abgekühlte Gemüse. Und alles gut verrühren. Schon so roh sieht es richtig freundlich und lecker. Schöne Farbe, bunt. So, jetzt brauchen wir eine Auflaufform. Oder irgendwelche eine geschlossene Form. In welcher werden wir es ausbacken. Alles größere Form nehmt als natürlich dünner wird euer Kuchen. Deswegen müsst ihr mal schauen, wie gerne möchtet ihr das. Ich nehme diese Auflaufform. Sonst kann man auch sogar auf dem Blech das machen. Bisschen anbuttern. Und geben wir unsere Masse jetzt in Auflaufform. Stellen wir erstmal unseren Kuchen für 35 Minuten backen. Und danach machen wir noch oben drauf Käse. So, nach 35 Minuten holen wir kurz unseren Kuchen aus dem Ofen raus. Und ich habe hier noch ein bisschen Butter vom Einschmieren. Den verteilen wir gerne auf den Kartoffelkuchen drauf. So, bestreuen wir jetzt mit dem Käse. Und stellen wir noch für so knappe 10 Minuten, dass der Käse schmelzt. Und dann können wir schon servieren. So, nach 10 Minuten und können wir schon unser Mittagessen servieren. Schaut wie toll sieht das aus. Richtig lecker. Ich nehme Sägemesser, weil er hier ist nicht zu scharf, dass ich meine Form nicht zerkratze. So, jetzt nehmen wir ein Stück aus dem Mittel natürlich. Und so sieht er aus. Richtig lecker. So liebe Freunde. So ist unser heute Mittagessen. Dieser leckere Kartoffelkuchen kann man dazu schmal servieren. Aber einfach mit grünem Salat. Bei mir heute den Feldsalat. Weil wir waren jetzt im Garten mal nachgeschaut, wie es da aussieht. Und da habe ich gesehen, dass mein Feldsalat steht so gut. Da habe ich mich schnell gepflückt. Und heute zum Mittag mit dem Walnuss und ein bisschen Tomaten habe ich Salat dazu gegeben. So liebe Freunde. Sind wir wieder mal fertig. Und ich hoffe, dass einer oder die andere wird natürliches nachmachen. Und mal ausprobieren und mir einen Kommentar hinterlassen. Für Damen und Herren. Vielen, vielen Dank liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.